Hühnchen, die denken nur an eins Hühnchen Leute, ich will nichts sagen, aber es wird dunkel Ich bin im Dorf, ich bin im Dorf Wo ist das Dorf? Richtung Steppe, Mann Wo ist die Steppe? Ich sehe nichts Ich sehe das Dorf, ich sehe das Dorf Da, wo Vobi hinläuft Gut, ich laufe vor wie im Hinterher Hier ist auch Gemüse und so Alle Leute, rettet euch ins Dorf Hat jemand den Lauf der Valkyren? Dieses Musikstück? Wo geht's wieder hoch? Ja, hab ich Ich renne, renne Lauf, 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 Schlampe Mist Ich hüpfe Oh, da ist noch ein Hühnchen, das nehme ich mit Ich habe schon genug geschlachtet Also wenn wir hier einen Ofen haben, dann können wir loslegen Ich habe schon mal den Ofen Ich habe das Ich habe das Ich habe das Und wir haben hier jede Menge Essen, ne? Nein, ich habe eben schon Kohle abgebaut Ich auch 13 Stück habe ich Ich bin irgendwie der Letzter Ich habe Angst Ich bin noch unterwegs Ich habe Angst Ich bin nach Hause Wie groß ist dir der Weg nach oben? So, ich würde sagen Leute, verkriecht euch irgendwo in ein Haus rein Hey, ich habe einen Ofen gefunden Ich verstecke mich hier Hier, hier ist Licht Hallöchen Geht nicht ins Licht Wo seid ihr? In der Steppe Ach, da vorne Da lehnt sie ich Wir haben sogar einen kleinen Brunnen Äh, könnt ihr schon mal bitte Alles Fleisch haben? Ja, klar Ich habe, ich habe Wo bist du? Wenn wir die Kohle ist, wenn es brennen würde, dass wir es effektiv verbraten Wo bist du denn hier? Verbraten, Gottwitz Lukas hat sich in das Haus hier verkrochen Verbraten Ja, der war schlecht Oh, was zu essen? Unbedingt, sonst sterbe ich gleich Gib mir mal bitte gleich ein Hühnchen Aha, das hat niemand von euch Hinter dir Ach, verdammt, die Truhe haben sie schon ausgeplündert Scheiße Dann bin ich hier runtergefallen Ey, Bogenbob, was soll das? So, ja, deswegen sollst du dich ja auch in den Häusern verkriechen Ja, was denn? Ich war noch unterwegs So, lass mich rein Ja, wir müssen jetzt erstmal So, die ersten Cooked Porks sind fertig Ähm, ich habe schon das erste Kupfer gesammelt Ah, Scheiße Ich auch Ich habe sogar schon Quarz Also es wäre schön, wenn ich noch eins kriegen könnte Dann wäre ich wieder fast voll Ja, dann, wenn was drin ist, könnt ihr euch was rausnehmen Ist das schon Quarz? Los, los, ME-System Ja Das reicht gerade mal für einen Controller Halt jemand ne Truhe mit der Gals Ey, ihr habt doch Holz abgebaut, oder nicht? Ja, ich kann ne Truhe bauen Ja, ich hab das Holz, ich hab das heute am Spawn gelassen Ich kann, nein Ich hab das in die Truhe gespänt Ja, ist nicht schlimm Typisch Mütchen Typisch Mütchen So Ey, was willst du mir erzählen, du Arsch? So, ähm Stirb da draußen, stirb einfach Wir packen mal Seralin, guck mal in meine Hand Guck mal in meine Hand So Da oben haben wir jetzt eine Kiste Alles, was ihr nicht braucht, kommt dort rein Scheiße Die geht so nicht auf Jetzt geht sie auf Was nicht passt, wird passend gemacht So, äh Ach, wird das Skimm dann automatisch geändert? Ja, sobald ist Kiste ist voll Neue Truhe Ich mach schon, ich mach schon Ich brauch Holz Oh, Schwarzkolle Ich mach schon, ich mach schon So Wir können ein Bett bauen Ich baue noch ne Kiste Evelyn, gehen wir mal da weg Ich hab ne Kiste gebaut So Ich hab hier auch eine Wir brauchen Kohle Ich hab Kohle Ach nein Dann kaufen wir was So Ja, wir verkriechen uns hier Ich würd sagen Wir fahren Nein Du musst mal die Tür offen lassen Ich würd sagen Auch wir plündern die Felder Was wir so finden Aber pflanzt neue Ahnen Rettet die Dorfbewohner Also nur reife Sachen Ähm Plündern Abschlagen Ja Kann man Dorfbewohner essen? Nein Ihn kann man dich essen Und Selbst wenn Ich glaub nicht Dass das schmecken wird Kann die Ballett Oh, der ist ein Stück Ein bisschen zäh Vielleicht kannst du aus ihrer Haut Leder gewinnen Oder sonst irgendwie was Ich Hallo Ben Ich mach Ich will nicht wissen Von was du nachts träumst Kiste mache ich dann Das Essen auch rein Ja Hab ich auch schon gemacht Mit einem Apfel Saftiges Stück Bürgermeister Äh, Bean Wolltest du nicht euch Um Essen kümmern? Essen? Ja Essen? 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 Ich hab doch grad Ich hab doch grad schon Den ersten Anstoß gegeben Dorfbewohner Hat es noch genug Da noch, oder? Ja, Bean Wollt die Dorfbewohner Fressen, ne? Ich weiß ja nicht Ob das so effektiv Wird Wenn Bean Das Essen machen Lassen Ja, vielleicht sollte Ich das übernehmen Ich kenn mich mit VST ein bisschen Aus Soll ich Essen machen Vielleicht macht Bean das Rubble Und ich mach das Essen Also ich kann kochen Der Rest muss das Essen Beschaffen Ja, kochen kann ich Wedig Keiner Ich dachte Das ist eher so eine Schöne Mind Factory Reloaded Farm mit Ähm Sollst du keine Fremdwider für die Oh, Mind Factory Reloaded Ich mein Forest ist doch viel besser Dafür, oder? Was? Nein Damit kannst du die Kühe Automatisch Nachzüchten Achso Ja, Bean ist ja Fürs ganze Essen Züchter Und sequenzieren Dass du die Alten Kühe rausnimmst Dass die dann automatisch Geschlachtet werden So von wegen dumme Kuh So, wie lange dauert Oh Gott, wir haben es Gerade mal Mitternacht, Leute Ja, Juhu Aber wisst ihr was? Ich bin im Bruder Wie war das? Aus einer Dose An einer Filtin-Dose Kriegt man alles noch raus? Oh Ähm Kuttel drunter Anscheinend ja Hilfe, Leute Ich brauche eure Hilfe Lanois Dreh nicht um Aber die Bohne wieder Ich werde mich verhungern Hahahaha 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 Warte Woi Nein Tust nicht die Facke So Hier Wo ist die Facke? Ich hab die Oh, geht das jetzt Oh, jetzt haben wir einen Pool Oh Oh, wir haben einen Pool Ja Aber tiefer Ja, ganz schön tiefer Aber pur Tiefar Tiefar Ich bin jetzt halt oben Einer Decke zugemacht, ey Hahahaha Hahahaha Was? Ja, werdet ehle nicht her Mua Schmeißt noch Kies hinterher, ja Ja, genau Hahahaha Hahahaha Und dann bin ich begraben Mach jetzt schon mal Die unterste Kiste Du Essen rein Komm her, du Zombie Ich geb's dir Näh, eh Ganz hart mit nem Schweinschwerp Ja, ja, Pitsch, Patsch So wie du's willst Ich bin Monsterjäger, Elvi Hey, das kam grad Also die Fächer hier sind echt praktisch für 20 Getreide kannst du hier einen Emerald bekommen Ja, aber das geht nur ein paar Mal danach Wechseln sie Achso, okay Hm, das ist auch Wer macht bei uns Maschinen? Ähm Würde ich sagen, jeder für sich, oder? Jeder ist für Holzfarben zu? Ich hab schon Warnbeginn, ich hab die zwei Stacks voll Ja, ich sag mal, ich mach Ohrverarbeitung, besser was Und AE Leute, wie gesagt, pass auf, wo ihr hinlauft Ohrverarbeitung und AE kannst du doch eigentlich kombinieren Ja Ja, deswegen Das meine ich damit auch Das hab ich ja auch zum Beispiel gemacht Und dann, wie weit's dann noch in wirklichen Produktionsstraßen geht Das kann man dann sehen Cool, danke Beziehungsweise, da kann man es nicht sehen, wie Was überlegen Ich kann erstmal hart in diesem NPC-Dorf rumchillen Ja, ich würd sagen, ich geh jetzt wieder unter die Erde Äh, Entschuldigung Ja Wurde ich auch sagen Wir verkriechen uns irgendwie unter die Erde Wir können uns auch direkt hier drunter graben Wenn wir wollen Ne, ich hab da hinten ne schöne Höhle gefunden Wo schon ein, zwei Fackeln drin sind Ja dann Hier ist nicht ganz so gefährlich dran Aber willst du den ganzen Weg bis dahinter latschen? Das sind gerade 130 Meter Wir sind jetzt 5, 6 Hallo, ich hab hier noch keinen einzigen Mob gesehen Äh, ich hab schon zwei umgelegt Moment Irgendwann wird auch keine Sachen bleiben, oder? Ist hier hinter dir Ey, Sync, lauf mal zu mir zu, da ist die Öle Nein Ja, ich hör dich Aua Ja, du fändest bloß nicht mehr raus Ach, da unten Ach, 110 Meter von mir ist viel Aua, aua, aua Ich hab gerade böse auf die Nase bekommen Ich hab einen Bogenbock hier Ich dachte, das Huhn rechts neben dir Sync, nicht so schnell Ich hab's schon mitgenommen, das Hühnchen Achso, da ist noch eins, stimmt Hau, Hühnchen Jam, 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 jam Aber roh Hm, nicht so doll Ich find, wir sollten aber dann auch einen, ähm Sind die da hochgekommen? Wie seid die da hochgekommen? Hast du nicht gesagt, hier stehen Fackeln? Ja, die kommen auch wieder Ich hab hier Die ersten 20 abgebaut Hallo Das war der Zombie Du hast mich geschlagen Das war der Zombie Das war der Zombie Ich hab nur noch Holzachst Und? Ich hab schon, äh, ne Metall Äh, Pegachst Was ist denn hier kaputt? Wart ihr hier drin? Jo Hey, das ist ein falsch Polter, äh Ihr seid unter mir Aber stehen geistig drüber Ich werd noch ein bisschen Holz besorgen Ich hab Eis, ich hab auch mal keine Steinspitzhack Ich hab einfach keinen scheiß Dings Bitte, die Ich bin Das war, wo bist du eigentlich? Ich bin in der Abbauwelt Und ich hab, äh 21 Porkchops Drei Beef Drei schon gekochte Hab schon vier Stacks Holz Ein Crafting Table Ein PocoCrafting Table Essen mehr wie genug Also mir geht's gut Und euch? Ähm Ich steh gleich vorbei dir Soll ich was sagen? Ich baue gerade eine Steinaxt Ich weiß nicht mehr wie ich rauskomme Ich nehm auch eine Ich hab'n Taumiel-Schwert Und ich gucke mal Ich hab' eine Ich hab'n Taumiel-Schwert Ich hätte reichlich Kohle und reichlich Holz und eigentlich alles Oh ne, das ist Kupfer Kann ich leider nicht abbauen Ah, hier unten ist Kohle Ich hab' Eisen gefunden Ja, da ist erstmal Lenny schön drauf vorbeigegaben Ja, sorry, ich hab' bloß eine Holz-Pick-Axt Achso, okay Mit Holz kannst du Kohle abbauen Ja Ich hab' schon zwei, Iron Ich hab' sechs Ich baue hier grad das ganze Schienensystem ab Ah, ich krieg' Besuch schon wieder hier Zombie, stopp, du scheiß Zombie Ach, Leute Was weiß ich von dir? Äh, Hallo sagen Schmusen Soll ich was sagen? Es wird hell Das ist aber putzig Yay, ich bin wieder draußen Es wird Tag, Leute Ja und? Ja Langsam Ich hab' Koks Was? Koksen kannst du zuhause Ich hab' die Schweine gehört Ich hab' die Schweine gehört Ich hab' das Let's Play Ne, das Coke nimmst du mit, nimm das Koks mit, Mensch Warum? Natürlich nimm das Koks mit Auf dieses Platz grad Da gibt's auch viel Viel schönere Dinge Das will ich haben Das will ich haben Das will ich haben Das will ich haben Alter, wie weit bist du unter der Erde, B? Ich weiß nicht, ich find' dich hier wieder raus Ja, du bist irgendwie 50 Meter unter uns Hier ist ein Ender, Spastier NEIN Ja Okay Damit haben wir den ersten Kill Meiner Damen und Herren Er wurde von einem Skeleton um 20.10 Uhr ermordet Brutal ermordet Äh... Und hat alles verloren wahrscheinlich Darf ich die... Darf ich die Musik abspielen? Hab wieder alles Ja, du bist doch blöd Ist doch langweilig Aber trotzdem, wenn du am spawnen bist Bitte die Mauer der Schande anfangen Willst du jetzt spawnen, oder was? Ja, natürlich Aus Korbobbel Aus Korbobbel? Mhm Aber kein Korbobbel Ich hab aber Korbobbel Ich hab aber Korbobbel Dann komm ich extra zum Spawn auf dir Dann musst du nur zum Spawn gehen Fällt das geil, wenn ich Iridium finden würde Also Instant Spawn Hast du keine Spitzacke um uns abzubauen? Doch, die hab ich Das ist eine Spitzacke Ich hab Taumium Achso Okay, ich hab den hier Ich hab den ein guter Und ich da hab einfach Ich hab den hier Leute, ich hab Urbine gefunden, kann ich die mit ner Stein Pickaxe abbauen? Nein. Scheiße. Scheiße, du hast hier schon einen Pfeil im Kopf. Boah, ich hab mein erstes D-Arkst. Wo bist du? Was, du hast den D-Arkst? Nein. Ich bin Phobium, ich hab Urbine und Gold gefunden. Urbine und Gold. Und das kann ich nämlich abbauen. So, ähm... ... ... ... ...